Ach, 5 Kills sind es nur. Alter, da hat... Der Kuschelschwamm hat noch Leben. Passt auf Leute, passt auf. Nein! Oh, du mieser Sack! Oh, ist das mies! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Das war so richtig geil. Oh, viel mies, Alter! Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther und wir spielen Black Ops 2 Slender M-Core-Bot. What the fuck? So sieht es aus. Der M-Core ist nämlich mit dabei, seid ihr gegrüßt. Servus. Und der ist jetzt und der Bot sozusagen, der uns jetzt killt. Wir haben insgesamt 5 Leben, glaube ich, war das, ne? Könnt ihr mal von mir weglaufen, bitte? Und wer 5 Mal gestorben ist, ist sozusagen raus. Ne, 8 Leben, glaube ich. 8 Leben. Okay, also wer 8 Mal gestorben ist, ist raus. Der joint den halt nicht mehr. Der kann nicht mehr joinen. Von den zweiten hier geholt. Und so wie wir den guten M-Core kennen, geht das ratzfatz mit den Kills. Er hat alles mögliche Abschussserien zur Verfügung. Also er kann killen wie sonst was. Und wir dürfen auch alles machen, außer irgendjemanden töten. Von daher, wenn wir dann, wenn wir dann also sozusagen jemanden... Oh nein! Von links kam er! Damit musst du auch rechnen. Naja, ich, äh, ich versuche es. Wenn wir zum Beispiel dann jemanden so einsperren, dass... Feindliche Hunter-Killer-Drohne... Oh oh! No M-Core! Das musste sein! Ja, ich habe aber sonst keine Killstreaks dabei, die... Kills machen. Feindliche Drohne? Ja gut, es reicht ja, wenn du uns siehst. Tja, mit euren Dinges irgendwie, das hilft nicht. Oh, diese... Diese Scheiß-Schockladungen! Ich würde dann... Mich würde dann nie erkennen. Ich auch nicht, ich habe alles dabei. Ich auch! Ich habe alles an, ähm... Ich bin sozusagen Geist, ja? Ja, also... Ja, und ganz hier hinten sind drei Leute. Ich kann die so festhalten, dass du die dann killen kannst. Ey, ich schaue gerade... Also, ich kann dich so festhalten... Hinten beim Brunnen! Hinten beim Brunnen! Hehehehehehe! Achso, da hinten! Nee, 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 hier geht's nicht rein. Du hast... Nein, hier geht's auch nicht rein, mein Freund. Nee. Nee, hier geht's nicht rein. Ich auch nicht. Da haut er einfach ab und ich treffe ihn nicht. So besser. Ah! Nein! Wow, 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 wow! Los, weg! Weg, ihr Leute! So geht das! So geht das! Du Miesling! Los, respekt euch, Leute! Nein! Ah, ich habe nichts... Oh nein! Ich habe die falsche Klasse gewählt! Oh nein, 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 nein! Warte, ich muss erst meine Klasse aufwenden! Komm her, komm her! Ich muss meine Klasse erst aufwenden! Erwischt! Nein, oh, dann bin ich noch erwischt! Oh, Tino, du bist ja jetzt hier... Du bist ja jetzt hier... Du bist ja jetzt schon am... Am meisten gestorben, oder? Ja, viermal! 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 Oh, Orbi, jetzt geht's ab hier! Oh, nee, Alter! Mir ist das egal, ich bin unsicherer! Jetzt kommt's, jetzt kommt's! Schnell weg hier! Nein! Nein! Ich habe Orbi oben, du kannst nicht unsichtbar sein! Ja, und ich bin gegen alle... Nein! Gegen Orbi glaube ich nicht! Doch, gegen alle... Gegen alle? Computergesteuerten? Ich meine schon! Okay! Ja, trotzdem sieht man nicht mit Orbi! Orbi macht alles gut aus! Ey, ich bin schon wieder bei dir gespottet! Das ist so unfair! Ja! Ja, ich eben auch als, ey! Das ist ja viermal gestorben! Easy nuclear! Easy nuclear! Was bitte? Sag mal schon, den bekomme ich jetzt bestimmt auch noch... Da chillt der einfach an der Ecke! Leute, ihr wisst schon, dass ich euch sehen kann, oder? Nein, das bin ich schon wieder... Die anderen sind ja alle ganz woanders! Und deswegen sieht er dich die ganze Zeit! Okay, Terero ist bislang am meisten gestorben! Ja, ich bin down! Und Kuschelschwamm und Game... Du bist down? Wie viele Kills du waren? Fünf! Fünf! Also auf fünf hast du eingestellt! Nein! Was? Dann habe ich nur noch ein Leben! Ach, fünf Kills sind es nur! Alter, da hat... Aua, woa, 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 woa! Der Kuschelschwamm hat noch... Passt auf, Leute! Passt auf! Nein! Oh, du mies! Oh, ist das mies! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das war so richtig geil! Oh, viel mies, Alter! Oh! Oh! Richtig geil! Nein! Oh mein Gott! Der Zweite, der weg ist! Na gut, jetzt kann ich dir zugucken! Ja! Oh! Wie mies! Ja, Jungs! So, erstmal UAV einsetzen hier! Ach, da! Okay, da ist auch noch einer! Geist! Was? Ich hab' den Luss schwamm! Ja, voll! Ja, ich hab' den! Ich hab' den! Einfach der Triggerfänger hier! Nein! Böster spawnen! Böster spawnen! Ganz böster spawnen! Oh, oh! Verdammt! 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 Nein! Lass dich in Ruhe! Ah! 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 Oh, fuck! Ich weiß gar nicht, wo ich... Ach! So, ey! Das C4 liegt nicht gut! Der Kuschel-Schwamm ist einfach noch krank, Alter! Ah! Jetzt ist er tot! Das fand sich ja ganz schlecht! Oh, der hat Plünder noch drinne, Alter! Deswegen, Leute, jetzt 1-C4! Die Schilder helfen dann nicht! Wo ist denn diese... Wo ist denn diese scheiß Schachkleidung? Oh, da ist grad einer gewesen! Zack! Triggerfänger! Und, äh... Jan, wie ist das so für dich, wenn die Leute nicht zurückschießen? Oh, ich find das mega geil! Easy, du Claire! Bam! So, Robi! Oh, nee! Zack, Alter! Oh, ist das unfair, Alter! Oh! Mal gucken! Oh, es gibt keinen mehr mit 0! Nur noch 2 mit 1! Oh, im Chor! 3 mit 2! 2 mit 3! Einer mit 4! Panda-Face! Oh, oh! Oh, nee! Oh mein Gott, wer hat mich da ge... Alter, wer hat mich geflasht? Und? Oh, scheiße! Renn weg! Nein! Oh! 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 Du hast doch was aufgesammelt. Genau. Boom! Sehr geil. Oh Mann ey, ich hab nur zwei Leben. Uncool. Immer noch zwei Leute mit... Die haben sich richtig versteckt. Die haben sich so versteckt. Verdammt! Oh, da ist gerade einer gewesen. Nein, was für Bilder! Nein! Zag weg. Oh Mann, Jungs. Wer ist noch im Leben? Hier, ich hab ein Geschenk für euch. Achtung, feindliche Hunter-Killer drohen unterwegs. Und? Ja! Gibt's ja gar nicht. Wo sind die zwei, die wir die ganze Zeit... Wo sind die denn ey? Sie verstecken sich. Sie sind fies. Scheiße ey. Ich hab Schiss. Stefan, dein Versteck war Premium. Du hast welches Versteck. Welches Call? Nicht eins. Ey, da war doch grad eben... Nein! Ah, ich weiß wohl ja nicht. Nein! Die sind schon fast alle tot ey, was los? Alter, ich bin auch gleich weg. Es sind immer noch zwei Leute, die immer nur noch einen Kill haben. Ja, ich weiß auch gar nicht wo die sind ey. Nimm doch hier C4. Ach, hast du aufgenommen schon. Ja, ja, hab ich schon. Der hat mich damit gerade umgelegt. Darf ich, darf ich jetzt verraten? Glaubst du mir jetzt im Kreis oder was, dass die sehen wo er ist oder wie oder was? Nee, ich hab keine Ahnung. Macht mal euren Hack aus ey. Tito. Immer wenn, immer wenn der schießt, drück ich Escape und dann kann man einfach sehen wo der ist und dann einfach... Ey, ich hab... So, ich hab Finger inbound. Ja gut, das hilft euch aber auch nicht normalerweise. Oh man. Und da für ne Durchsage hört das auch? Ja klar. War schon immer bei der Map. Immer bei dem Container hier. Warte mal, wo bist du jetzt? Die hast du vorher nicht gehört, weil's jetzt gerade so ruhig ist. Die sind jetzt halt schon wieder... Wie sieht man nämlich... Those doof ist, wie sieht man nämlich schnell mehr... Mach doch ich schläf dir jetzt mal. Echt schlau. Nein! Ja genau, da 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 da! Äh, die sind scheiß Blankeraden in... Aber die haben sie gar nicht mehr! Oh mein Gott, ey, das glaub ich ja jetzt nicht. Ja genau! Ja, da weiter weiter links jetzt! Da 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 war das schon... Nee, andere Richtung! Ja, du brauchst mir keine... Du hast ja keine Tipps geben hier, ich schaff das schon. Ich schaff das. Mach die Nase, mach die Nase. Oh Scheiße ey. Boah, trrrt. Jetzt aber. Ohohoho, jetzt hilft nichts mir meine Freunde. Weg, 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 weg. Wie, was? Weg, weg. Weg, weg. Weg, weg, weg. Hey, umfährt. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Absurd. Er hat die Beine in die Hand genommen. Scheiße, hätte ich mal lieber Blöder mitgenommen. Oh Scheiße, wieso springe ich denn da rüber? Ja, das muss ein anderes im Chor. Okay, ganz ehrlich, ich hab Angst. Ich hab Angst. Die Scheiße ist, die Scheiße ist. Du läufst mir grad echt in die Arme. Ich hau mal ab, ja? Ja. Jawoll. Und der Obi ist weg, ja. Für einen Typen. Aber stimmt, die Drohne ist gleich wieder am Start. Ja, aber HD war schon echt hart, komm, hier ist die unterwegs. Oh, da hinten. Der gammelt da an der Ecke. Ja, wenn man wegläuft, dann hat man echt Probleme. Ja. Wenn man stehen bleibt, dann hast du erst recht welche. Du musst am besten, wenn du wegläufst, musst du das Schild auf dem Rücken nehmen. Und dann nach oben gucken. Wie sieht's jetzt aus? Sieht zwar ein bisschen affig aus, aber es ist echt effektiv, wenn man sowas macht, ja. Ja, grundsätzlich sollte man immer als Schildkröte rumlaufen, glaube ich. Ich glaube, Leon, mein Ding ist grad wirklich echt Premium. Ja, ja. Wieso Premium? Der hat bestimmt ein richtig gutes Versteck hier. Alter, ich hab noch vier Leben. Ganz ehrlich, ich hab noch vier Leben und ich überleb die Scheiße. Du bist auch schon dreimal dran vorbeigelaufen. Der Zeck, ey, die kommt zu mir seitdem. Nein! Scheiße, ich bin weg. Ja, wenn man das sagt, Lucky. Wow, er hat einen noch erwischt, ey. Oh, das war knapp. Geschenk für euch. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Ton. Und tschüss, und der nächste ist... Wen erwischt's? Komm schon, komm schon. Gott sei Dank. Der hatte das beste Versteck ever. Schaff, ich hab noch einen Double-Nuklear? Ne, oder? Drei Stück noch. Oh, Charco ist immer noch mit zwei Toren ganz weit vorne. Ich weiß auch nicht, wie mein Herz gerade rast. Oh, Mann. Oh, Mann. Und tschüss. Oh, mein Gott. Wo habt ihr die ganzen Dinger her? Ich hab auch Klumpere dabei, oder was? Jawoll. Ja. Okay. Und Charco immer noch mit zwei Toten, Alter. Das sieht gut aus, wie... Unglaublich. Achso, übrigens, wenn er dann der Letzte ist, der darf dann auch dich killen. Okay. Wenn er es schafft. Wenn er es schafft, dann... Ey, dein ist schon klar. Nur noch die Prestigemaster-Leben. Oh. Nur noch Charco, und nur noch Charco, und ey, Lacho. Ah, Scheiße. Da ist er mein Aiming. Da war's der C4. Imko muss sein Aiming nachladen. Mein Aiming nachladen. Scharco. Jawoll. Dritter Tod. Oh. So, hier höre ich auf jeden Fall was. Wo ist denn das? Keine Ahnung, was du da hörst. Ach das da. Ach, das da. Ah. Bleibt aber stehen. Charco, Charco, Charco. Charco. Jetzt darfst du den Emko auch killen. Egal, irgendwo Waffe aufheben oder sonst was. Kannst loslegen. Erstmal klasse wählen. Du hast schlechtes M-Kurs noch nicht gestorben. Doch ihr könnt ja irgendwo ein Schild auflesen. Oh oh. Oh oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Hock dich einfach ins Eck und... Jetzt hat er noch keine Waffe. Noch hat er keine Waffe. Oh oh. Ich weiß nicht, ob ein Ballistikmesser... Ich weiß nicht, ob ein Ballistikmesser keine... Oh yes. Oha. Pass auf. Oh. 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 Aber da tust du... Aber hallo. Da tust du mit Jan falsch rechnen. Wir haben ja jetzt ein 1 und 1 gemacht in Black Ops 2. Und Alter, ich hab so herausragend verloren. Ich bin dreimal hinter M-Kurl gespawnt. War dich irgendwie vorhin die Rede, dass du gewinnen wolltest? Ja genau. Ich bin viermal neben ihn gespawnt ey. Ja jetzt geht er aber auf Angriff hier. Jetzt sucht er ihn aber. Ja ich hab ihn auch grad gesehen. Spannend, spannend. Jetzt kommen sie sich näher. Achtung. Ja sie kommen sich näher. Und. Knapp. Ein Leben machst du noch. Ein Leben machst du noch. Ja. Ein Leben hat er noch. Boah. Das wird er glaube ich nicht schaffen. Das ist ja wieder schön. Komm jetzt mach mal. Jetzt mach mal 1-1. Das heißt derjenige der jetzt als nächstes stirbt. Hat von euch beiden gewonnen. Also Charco hat auf jeden Fall schon mal hier den Botkrieg gewonnen. Den M-Kurkrieg. Und. Charco hast du. Er hat keine Waffe gewählt. Eine Waffe dabei. Wuhuu. Mutig. Stimmt. Jaaaaa. Die Person ich immer näher, immer näher. Wuhuu. Wenn du das schaffst Charco dann. Mein Respekt. Props. Du hast aber verloren. Das sag ich dir jetzt schon. Ehh Charco das hilft nichts wenn du wegrennst ne. Ich weiß nicht. Mist. Das ganze Waffe aufheben. U-ían. Da muss du die Waffe aufheben. Ihrer allerer... Von daher. Welche Waffe müssen wir denn aufheben? Da liegen keine Waffen. Ja deswegen ja das ist das Problem. Ja. Ja, warum hast du denn die Klasse nicht geändert? Genau, das wäre noch die richtige Wahl gewesen, aber so. Dann hättest du eventuell noch gewinnen können, aber mitzunehmen. Okay. Das hilft dir nicht. Er hat ja noch seinen Tamarok. Wenn du dich da versteckst, das hilft dir nicht. Doch, das hilft ihm. Wobei denn? Wenn er da am vorbei läuft und er ihn nicht sieht, dann hat er ihn erwischt. Ich werde aber ihm jetzt sagen, wo er ist. Nein, das ist unfair, Tino. Das ist ein Stundenvideo machen. Das ist unfair. Den kill ich schon auch irgendwann. Wenn er nicht am Campen ist. Er tut ja. Er campt ja. Da warst du schon richtig. Sehr heiß. Äh, kalt. Kalt. Heiß. War, war, war. War heiß. Wärmer. Heißer, heißer, heißer. Wärmer, wärmer. Kalt, kalt, kalt. What the fuck? Wärmer. Heiß, 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 heiß. Was zur Hölle? Gatt. Oh Mann, er saß doch eben noch da. Schade. Ja, heiß. Warm. Kalt. 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 Heiß. 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 Kalt. 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 Was? Du drehst dich so schnell. Heiß, 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 heiß. Wärmer. Kalt. 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 Weißt du? Gelang. Kalt. Das sind noch drei Bots. Das bin ich. Das bin ich. Das kann ich gleich. Das ist mein Ben weg kill. Geh weg. 'rets main camp platz. Schau mal das aus. Geh weck hier. loll, mach erstmal dive and dump. Ohne Witz. Oh. 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 Ist dort noch ein Bot? Da hat er eine Waffe dahinten Ich hab eine Waffe, lol Das Wort hat genutzt Wir können ja bei dem bisschen nicht glauben Warum ist einer tot?